Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Mittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 17.800 US-Dollar. Wir haben einen ordentlichen Pump hinter uns. Die Inflationsdaten sind minimal geringer ausgefallen, also besser als erwartet ausgefallen. Daraufhin gab es nicht nur bei Bitcoin, sondern auch bei den traditionellen Märkten einen deutlichen Pump, aber dafür heute Abend die FED-Zinsentscheidung. Die könnte nochmal das Ruder rumreißen. Darauf kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Heute Abend dann um 19.30 Uhr wird es dann noch einen Livestream geben dazu. Also wir schauen uns dann ganz genau das nochmal an. Schauen eure Altkönbündchen natürlich auch an, alles auf was ihr Bock habt. Deswegen heute Abend 19.30 Uhr schon mal Livestream vormerken. Ansonsten, bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe, wenn ihr Bock habt auf Trades. Und damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. Und wie gesagt, momentan 17.800 US-Dollar. Ihr seht hier schon, was ich hier eingezeichnet habe. Und zwar ein kleines Frackle. Das Frackle stammt von einer damaligen Zinsentscheidung und zwar von hier drüben. Das war am, was haben wir hier, 13. September. Gleicher impulsiver Move. Daraufhin Konsolidierung, Konsolidierung und dann eben der Dump zu den Zinsentscheid. Und genau das gleiche Spiel haben wir heute. Und es passt ziemlich, zumindest fast wie Arsch auf einmal, wenn man das so sagen darf. Wir sehen diesen impulsiven Move nach oben und jetzt eben diese Konsolidierung in diesem Bereich der 17.800 US-Dollar. Weil wir hätten grundsätzlich Luft, da haben wir ja gestern schon mal drüber gesprochen, bis ungefähr 17.900 bis 18.300. Das ist hier diese Widerstandszone. Hier ist noch dieser Wig, den wir noch zu fischen könnten, sage ich jetzt einfach mal so. Und das wäre dann unser Widerstand. Und dieses Frackle würde ziemlich genau um 0 Uhr, äh um, na was labere ich hier, um 20 Uhr, wenn die Zinsentscheidung kommt, nach unten hin abbrechen. Wäre jetzt nur der Schritt bis 17.400. Theoretisch könnte das sogar bis 16.800 US-Dollar gehen. Und es ist nicht wirklich unwahrscheinlich, habe ich euch ja auch schon gesagt, dass die Zahlen, ich bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Der Wirtschaft geht es gut, die Arbeitslosen sind immer noch nicht so Bombe, die Inflation geht runter, die Märkte reagieren positiv. Alle Sachen, die auch die FED dazu bewegen könnten, dass doch nochmal ein bisschen eine straffere Zinspolitik kommt. Und das ist eben noch so diese kleine Warnung, die wir hier haben. Wir schauen uns mal ganz kurz auf den Daily Chart noch dazu. Und zwar sind wir jetzt hier dann ziemlich am Ende. Also wir haben Luft bis, was haben wir gesagt, 18.300 US-Dollar würde perfekt passen mit unserem übergeordneten riesigen Falling-Vedge-Chart-Pattern. Genau dort hätten wir wieder diesen Widerstand. Es würde passen, heute Abend bis dahin noch ungefähr bis 18.300 oder die 18k-Region ungefähr anzutesten. Und dann wären wir an unserem Widerstand für unser Falling-Vedge. Und danach würde es runtergehen. Ich schließe es weiterhin nicht aus. Wie gesagt, der Wirtschaft geht es gut. Die FED könnte sagen, okay, wir bleiben jetzt bei 0,5. Manche gehen sogar von 0,25 aus. Das wäre natürlich ultra bullisch. Es soll jetzt hier keine Panik verbreitet werden. Aber man muss auch so ein bisschen Realität ins Auge sehen. Es würde sehr, sehr gut passen, dass die FED dann sagt, okay, wir lassen die Zinsen bei 0,5 und machen dann doch nochmal ein bisschen mehr Zinsschritte. Weil die Inflation zwar trotzdem noch hoch ist, zwar unter Erwartungen, aber der Wirtschaft geht gut. Die Wirtschaft verkraftet diese hohen Zinsen. Und das ist eben so dieser kleine Zwiespalt, auf den wir ein bisschen achten müssen. Wie gesagt, das Fractal würde uns perfekt zu unserem Support erst einmal bringen. 17.400, 17.200. Da ist unser Vektor. Da ist unsere Range, die wir vorher nicht durchbrechen konnten. Also das ist so die Zone, die auf jeden Fall halten muss. Bricht diese, kann es relativ flott wirklich in den Bereich der 15.000 US-Dollar nochmal gehen. Also ob wir den Boden jetzt schon drin haben, wird sich dann, denke ich, heute Abend zeigen, wie die Prognose von der FED ist. Wie es, sag ich mal, sich andeutet. Aber da müssen wir dann, wie gesagt, heute Abend dann nochmal genauer drüber sprechen. Vielleicht bleiben wir auch noch so lange live, bis die Rede ist. Hören uns das ein bisschen mal an. Aber gut, nur mal so meine Gedankengänge. Wie gesagt, das Fractal lasst mal hier ein bisschen beiseite. Ihr seht hier schon, dass Parallelen schon da sind. Vor allem auf dem 4-Stunden-Chart sieht man das ganz schön. Pump, pump, pump und dann eben dieser Dump. Aber wie gesagt, warten wir erstmal ab. Fractal ziehen wir mal ganz kurz beiseite, um jetzt nochmal in die genauere Analyse reinzukommen. Wie gesagt, wir haben unsere Widerstände durchgenommen bei 17.300, dieser impulsive Move. Dadurch auch wieder ein riesiger Wig hier oben bis in die 18k-Region. Das war alles so, wie wir darüber gesprochen haben, dass die Möglichkeit ist. Ich werde keine Trades eingehen, auch heute Abend nicht. Das ist pure Zockerei, wer da irgendwas macht. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, dass wir uns vielleicht vorher noch diesen Bereich um 18k holen, würde zum Fractal passen, um die Liquidität hier oben zu fischen und dann den Abverkauf zu kriegen. Also es deutet, ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl, weiß ich, wie euer Gefühl ist. Schreibt es gerne unten mal in die Kommentare rein. Ich bin da wirklich noch ein bisschen so, ja, Vorsicht, ist das vielleicht der endgültige Boden schon? Wenn nicht, gehen wir auf jeden Fall nochmal Richtung 15k. Das ist für mich persönlich eher so eine Bodenbildung bei 15k da nochmal. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie gesagt, das ist die Range da oben, die 18.300. Brechen wir die ohne Probleme und die Zinsen sind Bombe, dann kann es hier relativ flott in den Bereich der 19.300 bis 19.500 gehen. Hier oben liegt das Golden Pocket von unserem Hoch hier oben, damals bei 21.500 bis zu unserem Abverkauf. Das wird dann unser nächster Step und hier oben, weil hier auch noch eine Ineffizienz hier genau am 0.618er liegt, könnte man dann wieder über Shorts nachdenken. Vorher erstmal Finger weg vom Shorthabel, Finger weg vom Longhebel, wer Long ist. Ich habe gestern einer meiner zwei größeren Longs geschlossen, einfach unter dem Aspekt mal Profite mitzunehmen. Man weiß nie, was passiert und wenn zwei offen sind, kann man auch mal eine einfach gehen lassen und die Profite einsacken, ist wurscht, ganz ehrlich. Und ja, jetzt warten wir mal ab, wie das heute Abend ausgeht. Wie gesagt, ich habe eher ein ungutes Gefühl, ich weiß nicht warum, vielleicht trübt es auch ein bisschen. Aber wie gesagt, sollten wir hier die 18.300 kriegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir da noch schnell Richtung 19.400 gehen. Werden die Zahlen beschissen und das Fractal tritt ein, werden wir wahrscheinlich erst da halt 17.400 und dann kann es relativ flott noch Richtung 16.500 oder sogar 16.000 gehen. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausspielt. Die Märkte reagieren auf jeden Fall erstmal positiv. Gleiches Spiel bei Ethereum auch hier. War sogar noch ein Short getriggert von mir, den ich gestern minimal im Plus noch geschlossen habe, bin gut rausgekommen hier. Aber auch gleiches Spiel hier. Wir haben zwar ein höheres Hoch, wir haben die Liquidität hier drüber abgefischt, aber natürlich auch mit einer riesen Candle hier wieder. Und wieder einer sehr starken Volumen-Candle. Heißt für mich auch, es wäre sinnvoller, dass wir uns die vielleicht noch vor 20 Uhr holen und dann die Reise nach unten hin fortsetzen. Unten liegt halt einfach mehr Liquidität. Wir haben jetzt wirklich bei Ethereum jeden Widerstand rausgenommen. Hier unten liegt Golden Pocket, hier unten liegt eine riesige Demandzone noch. Ansonsten brechen wir jetzt hier dieses Hoch heute ab. Und die Zahlen sind bullisch, geht es relativ flott in den Bereich der 1.430 bis 1.440. Ihr seht hier oben die Ineffizienz. Die verschiebt man nochmal so minimal, dass sie passt. So, jetzt passt sie auch. Und ansonsten die nächste würde dann hier oben bei 1.550. Also es sind Ziele, die zu erreichen sind. Trotzdem ein bisschen aufpassen jetzt mit irgendwelchen Long-Positionen. Wir sind Ares Eye am Anschlag, MACD teilweise am Anschlag. Volumen gibt es nicht mehr viel oben zu fischen. Also der Rest wäre dann alles erst extrem weit oben. Und da müssten dann auch schon positive News kommen. Gut, dann noch ganz kurz zu BNB, weil ja draußen wieder ein bisschen fatt ist. Wir haben gestern noch im Video darüber gesprochen. Der Bereich um 256 US-Dollar. Das ist der Bereich, den ich sehen will. Ineffizienz geschlossen. Seitdem geht es nur noch wieder bergauf. Wir befinden uns jetzt hier wieder in diesem Golden Pocket Bereich, wo wir ein bisschen stragglen. Die Ineffizienz wurde rausgenommen, haben aber noch ein Volumenpeak bei 282. Wäre dann nochmal so eine Möglichkeit hier oben vielleicht nochmal so einen kleinen Short zu machen. Aber wie gesagt, erst nach der Fettsitzung. Ansonsten hier unten, das Volumen gefällt mir auch nicht so wirklich. Könnte auch nochmal abgefischt werden. Weiß nicht, für mich klingt einfach mehr für Downside momentan. Aber wie gesagt, heute Abend 19.30 Uhr werden wir uns das alles ganz, ganz in Ruhe anschauen, was da passiert. Ganz entspannt. Also wer Bock hat, gerne vorbeischauen. Wir schauen noch ganz kurz auf die News. Festnahme von FTX-Gründer SBF. Haben wir ja gestern schon darüber berichtet. Endlich ist der Sack festgenommen. Wollte ja schon wieder auf Kaution raus. Aber die in den Bahamas haben dann gesagt, nö, das lassen wir mal lieber. Jetzt mal gucken, was da jetzt rauskommt. Klar, ans Geld wird wahrscheinlich keiner mehr kommen. Aber trotzdem, vielleicht kriegt er seine gerechte Strafe. Oder er kommt irgendwie nächstes Jahr dann, oder übernächstes Jahr sind glaube ich Wahlen. Vielleicht lässt er sich als Präsident aufstellen. Weil Demokraten, Verstrickungen und so, wisst ihr ja Bescheid. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Abend 19.30 Uhr wieder zur FED-Sitzung. Beziehungsweise zur FED-Protokollaufnahme. Ach, was weiß ich, zur Zinsentscheid. Und dann war es das von mir. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann hören wir uns dann heute Abend wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.